Ich würde euch gern was fragen. Was habt ihr in den letzten Tagen über Gewaltprävention gelernt? Besonders über K.O.-Tropfen, wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr denkt, dass euch oder jemanden, den ihr seht, K.O.-Tropfen installiert worden sind. Vermutlich herzlich wenig. Dafür wurden wir alle mit einer brutalen, brachialen Flut an Medienberichten über Rammstein explizit den Frontsänger Till Lindemann überflutet. Da ich persönlich die minoritäre Meinung vertrete, dass jeder Mensch in unserem Rechtsstaat ein Recht auf ein faires Unschuldsverfahren hat und ihn die Unschuldsvermutung bis zu einer Verurteilung schützt, würde ich gerne versuchen, ganz ruhig und sachlich mit euch zu beleuchten, was an diesen Vorwürfen dran sind. Eine Kampagne ist es deswegen, weil mir sind alleine schon zwölf einzelne Journalisten bekannt, die sich gerade nur mit diesem Thema beschäftigen. Es wird orchestriert in den Medien vorangetrieben und selbst die Tagesschau berichtet über die Vorwürfe. Da sitzt dann ein Journalist und berichtet entgeistert, dass Rammstein auf deren Anfrage gar nicht reagiert hätten. Was nicht nur deren gutes Recht ist und die Band anscheinend schon seit Jahren praktiziert und die Medien vielleicht auch sehr ärgert, sondern in dieser Situation das Beste ist, was jemand machen kann, dem so etwas vorgeworfen wird. Ich beschäftige mich schon länger mit Kenze Kalscha und das habe ich wirklich noch nie erlebt. Der unbedingte Vernichtungswille, die Brutalität, das Kolportieren von vorerst nur Meinungen. Ich bin wirklich sprachlos. Till Lindemann weist eine unglaubliche Fallhöhe auf und als ich gesehen habe, dass Rammstein, Ergo Till Lindemann, trennet, dachte ich erst, wahrscheinlich ist er irgendwie Russlandfreund, was auch immer und war dann natürlich auch im ersten Augenblick super schockiert, das alles zu lesen. Was wir erleben, ist für mich wirklich gefährlich. Moralisierung soll jetzt den Rechtsstaat ersetzen. Moralisierung soll die Grundlagen unserer Demokratie aushebeln und es wird wirklich mit Methoden des Faschismus gearbeitet. Wenn zum Beispiel Christina Luntz, die ansonsten sehr bekannt ist für feministische Außenpolitik unter anderem eine Petition startet, mit der sie Rammstein-Konzerte verbieten möchte, obwohl wir noch keine Verurteilung haben, dann sind das totalitäre Mechanismen. Dass jetzt zum Beispiel diese Bubble, die ich nie verstehen werde, sich daran aufhängt, dass sich Till Lindemann, was natürlich sein gutes Recht ist, sich die Medienkanzlei Scherz und Bergmann genommen hat, ist einfach nur noch bigott. Also wenn Safsan Cebli, die ganz klar Teil dieser Bubble ist, sich von Scherz-Bergmann vertreten lässt, ist das okay. Wenn Enisa Armani sich von Scherz-Bergmann vertreten lassen möchte, ist das auch okay. Aber wenn Till Lindemann oder auch Luke Mockridge damals sich von genau dem gleichen Anwalt vertreten lassen möchte, wird mit der Kontaktschuld gearbeitet und das ist ein Werkzeug des Totalitarismus. Und das sind Mechanismen, die wir betrachten müssen. Dass jemand, der sich Feministin bezeichnet, bei einer derart unfundierten Hass- und Hetzkampagne mitmacht, erschließt sich mir auch nicht. Wenn wir feministische Grundsätze anwenden, dann bedeutet das, dass die Geschlechter gleichgestellt sind. Dann dürfen sich Männer die gleichen Anwälte nehmen wie Frauen, ohne dass das dann gegen sie verwendet wird. Und dann darf auch ein Till Lindemann, genauso wie ich oder jeder andere in diesem Land, sich schützen. Und dann hat diese Person ein Anrecht auf ein faires Verfahren, zu dem es nicht kommen wird, weil die Staatsanwaltschaft in Villinus, in dem der Vorfall stattgefunden hat, in dem Ort, gar nicht ermitteln wird. Mein Video kommt übrigens deswegen so spät, weil ich tatsächlich die ganze Zeit auf eine Presseerklärung der Polizei, Ergo der Staatsanwaltschaft, gewartet habe. Die Hybris unserer Medien, dass sie sich jetzt noch zur Judikativen aufschwingen und wirklich nicht nur moralische, menschliche und ja auch juristische Urteile versuchen vorwegzunehmen, ist nur noch erschreckend. Dass die Tagesschau, die zu einer neutralen Berichterstattung verpflichtet ist, Journalisten einlädt, die eine Situation kommentieren, die aktuell nur auf Hören sagen basiert, ist wirklich gruselig. Lasst uns einfach mal schauen, was für Vorwürfe im Raum stehen. Shelby Lynn, das ist eine junge Irin, war auf einem Konzert und hat danach in den sozialen Medien Vorwürfe erhoben, die natürlich schockierend sind, weil sie hat den Verdacht, dass sie unter K.O.-Tropfen gesetzt wurde. Im gleichen Atemzug erwähnt sie aber auch, dass Till Lindemann ihr nichts getan hat und sie nicht weiß, wann, wo und wie und ob sie unter K.O.-Tropfen gesetzt wurde. Und damit hätte sich die Sache erledigt. Es gibt hier große Parallelen zur Ines Anioli-Luke-Mockridge-Geschichte. Damals hatte Ines Anioli in ihrem Podcast Luke-Mockridge nie einer V-Wort beschuldigt und auch Till Lindemann wurde von Shelby Lynn nicht übergriffigen Verhaltens beschuldigt. Weder einer V-Wort noch irgendwelche anderen Formen von Grenzüberschreitung hat sie ihm unterstellt. Hat aber dennoch in ihrer Story die ganze Zeit Presseberichte geteilt, in denen er wirklich als V-Wort, ich muss das so sagen, weil sonst wird mein YouTube-Video hier gesperrt, bezeichnet wird. Ich glaube, ihr wisst, welches Wort ich meine. Und das ist, ehrlich gesagt, unglaublich perfide. Und das ist genau das, was die Medien auch machen. Es werden Berichte lanciert, die ganz klar den Eindruck einer Straftat entstehen lassen, die ihn ganz klar als V-Wort dastehen lassen, nur um diese Berichte dann bigotterweise am Ende mit, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, zu beenden. Das ist keine objektive Berichterstattung. Und was Shelby Linda macht, ist durchaus manipulativ. Es ist hochgradig schwierig, auf der einen Seite zu sagen, es ist gar nichts passiert und auf der anderen dann sowas zu teilen. Hinzu kommt, dass es mittlerweile drei Augenzeugen gibt, die ausgesagt haben, das kann ich euch unten verlinken, die sind aus unterschiedlichen Ländern, ich vermute mal nicht, dass die sich abgesprochen haben, die mit ihr auf der Pre- und Aftershowparty waren. Alle sagen, sie haben extrem irritierendes Verhalten bei ihr wahrgenommen, sie war sehr aggressiv, sehr laut, was sie ehrlich gesagt sein kann. Und sie wirkte wie jemand, der unbedingt Aufmerksamkeit möchte. Zwei dieser Augenzeugen sagen, dass sie Shelby Lynn, die Aftershowparty haben, verlassen sehen. Und zwar in einem ganz gesunden, normalen Zustand. Das deckt sich ja mit ihrer eigenen Aussage, dass ihr nichts durch Tillinemann zugefügt wurde. Dennoch ist dieser Tweet Grundlage von einer Verdachtberichterstattung, die ich so noch nie wahrgenommen habe und die wirklich besorgniserregend ist. Hinzu kommt, jetzt können wir ja mal abwägen, das spricht jetzt eher dagegen, was ich gerade genannt habe, die Aussage von ihr und die Augenzeugen, die das auch bestätigen, dass sich aber ganz viele Frauen gemeldet haben. Ich habe sehr viele Kommentare gelesen, auch von öffentlichem Profil, wo man sicher sein konnte, die Frauen sind keine Fake-Accounts, wo wirklich sehr junge Fans von Backstage-Partys sprechen. Keine dieser Schilderungen hat jedoch die Grenze der Strafbarkeit überschritten. Es wurde von Alkohol-Spaß, auch sexuellen Handlungen gesprochen, die waren aber alle einvernehmlich. Insofern muss ich hier einfach auf die Groupie-Kultur hinweisen. Es gibt eine Groupie-Kultur, die hat sehr viel Parallelen mit Stalker, mit Stalking. Der Star wird unglaublich überhöht. Groupies nehmen enorme Kraftakte auf sich, um ihrem Star nahe zu sein. Das ultimative Ziel ist natürlich, mit dem Star intim zu werden. Vielen gelingt das ja auch und den Berichten glaube ich auch. Es ist auch nichts Neues, dass Stars Sex mit Groupies haben. Das passiert nicht nur bei Rockstars, das findet ihr auch in der Volksmusik. So, wo wird es problematisch? Problematisch wird es, wenn Grenzen überschritten werden. Können wir das immer nachvollziehen? Nein, weil viele dieser Grenzüberschreitungen finden in Graubereichen statt. Und genau deswegen ist eine sachliche Berichterstattung so wichtig. Die absolute Scheinheiligkeit ist ja, dass sich bei Rammstein an den Faktanstoß genommen wird, dass sie eine Casting-Direktorin hatten, die eben die Groupies rekrutiert hat oder vielleicht auch einfach organisiert hat. Da gibt es unglaublich viele junge Mädchen, die möchten die treffen, die möchten backstage gehen, freiwillig und sie haben eine Direktorin, die das organisiert. Das finde ich persönlich extrem befremdlich. Ich finde es auch extrem befremdlich, wenn Anfang 20-jährige Mädchen mit 60-jährigen Männern verkehren. Das ist meine Meinung. Aber wenn die Mädchen das freiwillig wollen, sehr, sehr viel Kraft auf sich nehmen, um Kontakt zu denen zu bekommen oder sogar noch backstage zu gelangen, dann kann ich das nur äußerst bedauerlich finden, aber mehr auch nicht. Wenn ich junge Mädchen sehen würde, die bei wem auch immer backstage gehen möchten, ich würde die so gerne schütteln und sagen, don't do it. Junge Frauen, es fehlt ihnen oft an Lebenserfahrung und Instinkten, die ältere Frauen dann schon haben und sie können Situationen nicht richtig einschätzen. Deswegen hat die Person, die eine höhere Macht hat, ja auch immer eine Verantwortung gegen der vermeintlich unterlegenen Person. Auch das ist nur eine reine Meinung von mir, die aber nichts belegen kann. Ich werde angerufen. Ähm, nein, jetzt bin ich rausgekommen und ich kann nicht schneiden. So, es gibt tatsächlich auch von den ganzen unzähligen Mädchen, die das schildern, mittlerweile zwei, die eidesstattliche Erklärung gegenüber der Presse abgegeben haben. Eine eidesstattliche Erklärung gegenüber der Presse, das muss ich auch scharf kritisieren, welche Hybris sich die Presse da anmaßt, ist nicht gültig. Sie ist nur vor Gericht gültig. Das meinte ich auch eingangs mit, was maßt sich denn die Presse an, sich in die Position von Ermittlungsbehörden zu stellen. Es ist sehr schön, ich kann euch jetzt auch eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass ich mich nur noch als YouTuberin identifiziere. Es hat aber keine Rechtskraft. Von den vielen Berichten sind es mittlerweile noch auf eine Handvoll runtergebrochen und alle, die ich gelesen habe, schildern sehr, sehr unangenehme Grenzsituationen, aber nichts, was strafrechtlich relevant ist. Und das ist ein großes Problem in diesem gesamten Kontext. Man kann keine MeToo-Kampagne auf solchen Aussagen aufbauen. Und ich hoffe, ich irre mich, aber ich möchte euch jetzt was prognostizieren. Wenn sich weiter herausstellt, dass an den Vorwürfen gegen Tillindemann nichts dran ist, dann war es das Ende mit MeToo. Dann wird niemand mehr betroffenen Frauen glauben, weil bestimmte Personen eine sehr, sehr wichtige Kampagne und ein wichtiges Anliegen für ihre eigenen Interessen missbraucht haben. Oder, um es in den Worten von der Ex-Freundin von Tillindemann, von Sofia Tomala zu sagen, die suchen ihre fünf Minuten Fame. Und leider, und deswegen bin ich auch so kritisch, weil wir das alles schon mal erlebt haben, ich habe sogar darüber berichtet, ist auch das weit verbreitet. Tragischerweise sind auch Übergriffe und Gewalt gegen Frauen weit verbreitet. Und deswegen verstehe ich die Wut der Frauen. Wir können aber nicht unser Anliegen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, auf Kosten von einzelnen Personen betreiben, die eventuellerweise sich niemals schuldig gemacht haben. Und selbst wenn, wir können das nicht beurteilen. Weder ich, noch irgendein anderer YouTuber, noch irgendein Demagoge auf Twitter und auch nicht die Medien. Es wird nicht ermittelt in dem Fall. Es gibt kein Anfangsverdacht, weil ihre Aussage nicht belastend war. Warum ist daraus so ein Hurricane entstanden? Ich weiß es nicht. Hey, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich, meine Arbeit, ergo meinen Kanal unterstützen würdet. Das könnt ihr tun, indem ihr Mitglieder in meinem Kanal werdet. Ihr könnt über Paypal einmalig oder regelmäßig Geld spenden oder mir auch auf eine Bankverbindung Geld überweisen. Vielen, vielen Dank. Was auch noch irritierend ist, ist die mangelnde Sachlichkeit. Jetzt hat sich mittlerweile ja ein weiteres junges Mädchen gemeldet, Kayla. Die hat ein YouTube-Video veröffentlicht, was sehr lang ist. Das werde ich euch auch verlinken. Und ihr mittlerweile über 4 Millionen Aufrufe und 100.000 neue Follower gebracht hat, was enorm ist. Kayla schildert da, wie auch sie den Backstage-Bereich betreten hat, aus freien Stücken und ihn auch aus freien Stücken wieder verlassen konnte. Dazwischen hat sie Situationen wahrgenommen, die ich persönlich auch befremdlich und verstörend finde, die aber auf Kaylas eigener Meinung basieren und die auch Till Lindemann oder Rammstein nicht belasten. Und ich möchte, wenn ihr wirklich eine Sache aus meinem Video mitnehmt, dann bitte folgende. Wenn euch irgendwas passiert, egal welche Form von Übergriffigkeit, dann wendet euch bitte sofort an die Polizei oder Gott bewahre, wenn euch körperlicher Schaden zugefügt wurde, sofort an eine Rettungsstelle, damit das dokumentiert werden kann. Bitte geht doch nicht zu den Medien oder äußert euch Jahre später in den Medien. Das hilft niemandem. Es hilft nicht Betroffenen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wenn wir dem Thema eine echte Aufmerksamkeit widmen wollen, dass die Zahlen aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld kommen. Und wenn man Übergriffigkeiten, schwierige Situationen, auch wenn sie nicht strafrechtlich relevant sind, nicht meldet, kann sich nichts ändern. Und wenn euer persönlicher Eindruck ist, dass sie irgendwo seid, und da sind junge Mädchen, die verhalten sich eurer Meinung, eurer Auffassung nach merkwürdig und ihr fragt euch, könnten die K.O.-Tropfen intus haben, könnten die zu viel getrunken haben, dann geht bitte nicht an den vorbei und denkt euch das nur, dann sprecht die an. Das ist Gewaltprävention. Ist alles okay mit euch? Fühlt ihr euch unwohl? Möchtet ihr die Situation verlassen? Das ist eine Frage. Und auch die Polizei kann man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig alarmieren, weil man sich um junge Mädchen Sorgen macht. Kayla berichtet in ihrem Video ganz viel Hörensagen. Sie greift ganz viel von Shelby Lynn auf und auch von Verdachtberichterstattungen, die mittlerweile zurückgezogen sind. Diese Berichte sind nicht mehr zugänglich und wir wissen deswegen nicht, ob sie stimmten. Kayla bezieht sich aber darauf. Und deswegen ist das Video für mich wirklich kritisch. Ich muss ihr auch in einer Sache widersprechen, obwohl ich ihr auf gar keinen Fall ihre Erfahrung absprechen möchte. Ich halte sie nur nicht unbedingt für zielführend in dem ganzen Diskurs. Sie sagt, sie wäre auf dieser Party gewesen wegen ihrem Pretty Privilege. Schönheit, die übrigens äußerst subjektiv ist, ist mit Sicherheit nicht der Grund, warum Kayla auf dieser Party war. Sehr viele junge Mädchen, so auch Kayla, sexualisieren sich selber und präsentieren sich enorm sexuell auf ihren sozialen Mediaprofilen, auf Konzerten, wo auch immer. Und deswegen werden sie angeschrieben. Das ist Teil einer neuen, für mich sehr verwerflichen Aufmerksamkeitsökonomie. Die jungen Mädchen bekommen die Aufmerksamkeit, die Follower und die Likes, je sexueller sie sich präsentieren. Und natürlich werden Casting-Direktoren, die Groupie-Partys organisieren, diese Mädchen anschreiben. Ein junges Mädchen, was Bilder aus der Uni postet, vom Ponyhof, wird niemals von den Casting-Direktoren angeschrieben und zu einer Promi-Groupie-Backstage-Party eingeladen. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit. Bedeutet das, dass mit diesen Mädchen, die da hingehen, irgendjemand respektlos oder grenzüberschreitend umgehen darf? Nein, natürlich nicht. Ich merke aber oft, dass jungen Mädchen die Lebenserfahrung fehlt, das richtig einordnen zu können. Und immer wieder höre ich, dass die Unschuldsvermutung auch für die Frauen gilt, die jetzt Vorwürfe erheben und die Partys besuchen. Und das ist einfach falsch. Es wird ständig falsch zitiert. Unschuldsvermutung gilt für einen Menschen, der einer Straftat angeklagt ist. Deswegen ist sie so wichtig. Sie gilt nicht für die Person, die die Vorwürfe vorbringen. Natürlich gilt auch für diese Person ein ziviler Umgang. Das ist vollkommen klar. Sie müssen sich aber leider, so ist das nun mal, wenn sie sich an die Öffentlichkeit wenden, Fragen gefallen lassen. Deswegen wäre mein Rat ja, wendet euch bitte an die Polizei. Abschließend muss ich nochmal stark die Intention der Medien hinterfragen. Wenn es ihnen wirklich um Aufklärung oder Hilfe für Betroffene gegangen wäre, warum war dann jeder Rammsteinartikel hinter einer kostenpflichtigen Paywall? Die Kosten, die den Medien jetzt entgegenkommen, wegen der Abmahnwelle von den Anwälten von Rammstein, werden den Umsatz, den sie zuvor generiert haben, niemals übersteigen. Und das wurde von den Medien auch schon einkalkuliert. Das gleiche gilt für Rossmann. Da wird ein Parfüm vom Markt genommen, von dessen Existenz ich noch nicht mal wusste. Wenn es Rossmann wirklich um Solidarität mit Betroffenen gehen würde, warum kann ich dann nicht für ein kleines Geld oder sogar kostenfrei die Armbänder bei ihnen erwerben, die mich schützen, wenn mir was verabreicht wird? Warum wird nicht ein Aufsteller hingestellt? Flyer. Ein schnöder Social-Media-Post hätte ja gereicht, um Bewusstsein zu kreieren. So aber zeigt sich einfach nur, wie gefährlich Cancel Culture ist und wie scheinheilig die Akteure sind. Ich möchte euch um was bitten. Macht da bitte nicht mit. Lasst euch nicht mitreißen und werdet nicht zu Online-Mobbern und somit zu Tätern. Ich möchte gerne die von mir sehr geschätzte Michelle Obama zitieren. When they go low, we go high. Es geht auch anders. Bleibt neutral. Setzt euch gerne mit Menschen auseinander, die eine andere Meinung vertreten. Aber das geht ruhig, sachlich und höflich. Jeder, der die grundlegenden Umgangsformen des Miteinanders nicht beherrscht, hat in einem öffentlichen Diskurs meiner Meinung nach nichts verloren. Wenn euch mein Video gefallen hat, liked es, teilt es gerne, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne Mitglieder werden. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und bitte denkt dran. Wir haben nur diese eine Gesellschaft. Wir haben auch alle nur dieses eine Leben. Und überlegt euch, was ihr besonders öffentlich hinterlassen wollt.